Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie ihr natürlich seht, bin ich immer noch im Auspackfieber und zwar habe ich jetzt schon fünf Türchen geöffnet. Heute ist der Nikolaustag. Da wünsche ich den großen und kleinen Nikolaustieren heute alles, alles Liebe und viel, viel Gesundheit, ihr Süßen. Ihr wisst, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ihr euch hier wohl auf meinem Kanal fühlt. Aber wenn du dich wohl fühlst, kannst du mir auch gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber, nicht um irgendwie Abos zu sammeln, aber einfach um die Bestätigung dafür zu bekommen, dass ihr gerne bei mir bleiben möchtet, dass ihr gerne halt weiter Videos und Content von mir sehen wollt. Das würde mich sehr freuen. Super Content hat auch die Laura. Und zwar verlinke ich unten euch den Kanal, mit dem ich diese Kollaboration zusammen gemacht habe. Und zwar haben wir uns total schöne Adventskalender zugesendet, wo ich denke, dass sie schön sind. Mit verschiedensten Produkten, die man zur Weihnachtszeit und einfach für sich selber sehr gerne benutzen kann. Und es würde mich so, so freuen, wenn ihr da Bock drauf habt und mit mir gerne Türchen Nummer sechs heute auspackt. Vergesst natürlich nicht, dass ich eine Verlosung am 24. Christmas, ein Christmas Verlosung habe. Es wird ein kleines Mystery Beauty Paket geben. Und zwar werde ich das etwa Mitte des Monaten zum 15. euch eröffnen, was es sein wird. Ihr müsst dafür nur Abonnenten meines Kanals sein und vor allem mir unten in die Kommentare schreiben. Das ist mir eigentlich egal, unter welches Video, ehrlich gesagt. Das ist jetzt mir. Ich gucke jetzt alle. Ich gucke ihr lese eigentlich jeden Kommentar, was euch an Weihnachten ganz, ganz besonders ist. Also was macht die ganze Magie von Weihnachten für euch aus? Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Frage beantwortet und gerne an der Verlosung teilnehmen wollt. Und jetzt suche ich mal Paket Nummer sechs. Die Sachen sind so viele Sachen hier drin. Ich habe es schon. Und zwar hat die Laura meine Karte angehängt. Today you will smell gorgeous. Okay. Nur today. Laura, ich rieche immer super. Die packt das sowas von krass ein. Man merkt, dass die Kinder hat, damit wir die nicht aufreißen. Okay. Today you will smell gorgeous. Oh mein Gott. Laura, you are sick. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh, wie toll ist das denn? Ich habe gar nichts von Christina Aguilera. Die verrückte Hummel hat mir zum Nikolaus ein Christina Aguilera. Oh mein Gott, ist die Packung schön. Not. Schaut mal. Die hat mir von Christina Aguilera das Secret Potion Geschenk gekauft. Wow. Oh, das riecht richtig toll. Laura, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, das ist so toll. Wisst ihr was? Es ist halt voll geiles Parfum. Es passt direkt in meine Lippenstift aufbewahren. Da werde ich es auch hin verpacken. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ich wünsche auch dir und deiner Familie gesegnete Nikolaustage und vor allen Dingen auch ein schönes Weihnachtsfest, worauf wir jetzt absolut zusteuern. Wenn ihr morgen Bock habt auf mein Türchen Nummer sieben, dann bleibt doch einfach dran. Werdet Abonnent meines Kanals und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.